So, da bin ich mal wieder zurück mit einem kleinen Infovideo, nämlich ihr seht schon, ich habe den Glotter Strange jetzt freigestaltet mit dem Sturm-Stil. Für alle, die sich fragen, ab welchem Level kann man den frühestens erreichen, also Level 164 muss man sein, um den freizuschalten. Aus dem ganz einfachen Grund, weil wir vorher, wie gesagt, hier die ganze Seite aktiviert haben müssen. So sieht er natürlich auch nice aus, aber man muss ja immer ein bisschen flexen mit seinem Level in Anführungszeichen. Wie mache ich meine Level zur Zeit? Also ich würde behaupten, Kreativmodus, ja, kann man auch machen. XP-Clitch gestern, weil ich heute vorher super gemacht habe, also weil ich gut ausnutzen konnte, sage ich mal so. Ist ein bisschen schwierig geworden, weil einige Maps sich komplett geändert haben oder komplett rausgenommen worden. Ich mache das Ganze wirklich jetzt nur mit Rette die Welt. Ich habe jetzt mein Sturmschild hochgearbeitet. Ich kam solo auf Level 29, 30 würde ich auch noch schaffen, wenn ich es drauf anlegen würde. Aber ich sage mal so, für einfach da rumstehen und dafür dann, ich glaube, komplett AFK komme ich jetzt bis Runde 13, 14, 15. Sind dann um die knapp, ja, fast 100.000 XP. Denkt dran, macht immer eure Tagesaufgaben. Guckt, dass ihr noch eure Meilensteine macht. Ihr seht ja, so viele habe ich auch noch nicht fertig. Ich habe nur die drei fertig. Tresore sind irgendwie gefühlt immer noch nicht da, weil man noch nicht dran kommt. Also, das war nur ein kleines Infovideo. Euch noch viel Spaß beim Leveln und haut rein.